Das ist Tina und das ist Tim. Tina fragt sich, wegen der Klassenarbeit nächste Woche, wie man eigentlich eine Geschichte mit Spannungsbogen aufbaut. Tim hat schon einen konkreten Plan. Er hat nämlich vor, so eine richtige Horrorgeschichte zu schreiben. Ob das so eine gute Idee ist und was die Antwort auf Tinas Frage ist, beides klären wir in diesem Video. Ja, moin moin, hier bei Arnold erklärt und Respekt, dass du schon wieder lernst. In diesem Video klären wir also, wie man eine Geschichte mit Spannungsbogen richtig aufbaut und welche Merkmale bei den einzelnen Teilen einzuhalten sind. Grundsätzlich ist die Geschichte mit Spannungsbogen in vier Einzelteile geteilt. In einer Einleitung einen Hauptteil, einen Höhepunkt und einen Schlussteil. Wichtiger als die Namen dieser Teile sind allerdings deren Merkmale, die man einhalten sollte. Wenn du bei jemandem neu zu Besuch bist, hast du ja meistens, wenn du die Haustüre aufmachst und hineingehst, einen ersten Eindruck. Der kann jetzt gut oder schlecht ausfallen. Ähnlich ist es bei deiner Einleitung. Du vermittelst dem Leser hier den Eintritt in deine fiktive Welt. Das gelingt besonders gut, wenn du W-Fragen klärst, die Hauptfigur vorstellst und möglichst anschaulich beschreibst, damit sich der Leser auch hier zurechtfindet. Ein typischer Satz ist so etwas wie An einem schönen Sommertag und so weiter und so weiter. Im Hauptteil ändert sich die Anforderung. Hier geht es nicht mehr nur darum, den Leser einzuladen und einen guten ersten Eindruck zu vermitteln. Jetzt geht es darum, Spannung zu vermitteln, um den Leser richtig mitzureißen, sodass dieser den Nervelkitzel miterleben kann. Das gelingt besonders, wenn man Gefühle und Gedanken der Hauptfiguren auch wirklich genau beschreibt. Wenn du wissen willst, wie das dann konkret aussieht, dann hör dir auf meinem Kanal gerne nochmal die Geschichte vom Bären Lu an. Meist erleben wir im Hauptteil die Gefühle und Gedanken mit, wir wissen aber noch gar nicht, was das bedrohliche Ereignis ist. Es könnte ja sein, dass ein Halloween, zum Beispiel folgendes Monster, auf einmal im Wohnzimmer steht. Beim Höhepunkt löst sich die Situation nun auf und es geht darum, genau zu beschreiben, wie dieses Monster aussieht, wie es uns damit geht, bevor wir dann schlussendlich in einem Schlussteil erklären, was es mit der Sache auf sich hat und wie die Sache zu Ende geht. Beispielsweise könnte sich ja herausstellen, dass der Bruder einem einen Streich gespielt hat oder man die ganze Zeit nur geträumt hat. Wichtig ist beim Aufklären, dass man dem Leser ein Aha-Erlebnis vermittelt. Immer wenn Fragen ungeklärt sind, findet so etwas wie eine Art Hä-Erlebnis statt. Und das gilt es unbedingt zu vermeiden. Fassen wir also nochmal zusammen. Im Hauptteil steigert sich die Spannung bis zum Höhepunkt. Gut, schlussendlich löst sich die Spannung, weil wir ja aufklären und hier logisch die Fragen klären, die sich aufgeworfen haben. Jetzt ist Tina schon einigermaßen zufrieden, denn sie kennt jetzt die einzelnen Teile. Doch was ist eigentlich mit Tims Idee? Er möchte wie in einem Actionfilm ein bisschen Gewalt mit reinbringen, um Spannung zu erzeugen. Grundsatz ist ja den Leser oder die Leserin nicht zu langweilen. Doch ist es nicht so, dass Tim hier vielleicht Spannung mit Gewalt verwechselt? Der Grundsatz muss immer sein, dass das, was ihr erzählt, auch lesens- und erzählenswert ist. Sprich, lange Zähneputzen und Bus fahren, ohne dass was passiert ist, tatsächlich eher zu vermeiden. Vielmehr solltet ihr im Hauptteil vielleicht Unklarheiten erzeugen, weil das die Neugier des Leser weckt. Das macht man typischerweise, indem man Dinge sieht und hört, aber noch nicht ganz weiß, um was es eigentlich geht. Wenn euch interessiert, wie das genau funktioniert, dann hört euch doch die Geschichte von Bären Lu nochmal an. Egal ob in der Ich- oder in der Erperspektive. Wir nehmen im jeweiligen Fall immer die Sicht der Hauptfigur ein und schildern deren Gedanken um Gefühle, denn das ermöglicht uns, dass wir den Nervenkitzel direkt miterleben können. Wollen wir doch mal schauen, ob Tim das mit seiner Geschichte gelingt. Tim schrieb, Pausiere das Video an dieser Stelle und überleg mal, ob Tim es gelingt, Spannung zu erzeugen. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Aber wenn ich das lese, dann habe ich zugleich ein Hä-Erlebnis und aber auch irgendwie ein Ö-Erlebnis. Warum? Weil ich doch hier eigentlich gar nicht nachvollziehen kann, was eigentlich passiert, da das Ganze so ein bisschen wie aus einem Actionfilm kopiert ist. Nur das Problem ist halt, wenn ihr einen Text schreibt, dann sieht man das ja mit den ganzen gewalttätigen Sachen nicht und dann kann man sich doch eigentlich gleich lieber einen Film anschauen. Also macht euch immer klar, Gewalt ist nicht Spannung. Und was die Ereignisse angeht, weniger ist immer mehr. Lieber genauer beschreiben, so dass man es auch kapiert, als dass ihr hier a zahllose Ereignisse aneinanderreiht. Und bitte verknüpft auch eure Sätze, damit man da auch richtig schön mitkommt. Tims Text ist ein bisschen abgehackt wie ein lieblos runtergeschriebener Einkaufszettel. Doch das Gute ist, jetzt weiß Tim, dass er sich mit Gewalt eher zurückhält, da ein Text kein Film ist. Und deswegen passiert ihm das nicht in der Klassenarbeit. Wenn du dich auf deine Klassenarbeit vorbereiten möchtest, hast du bestimmt von deiner Lehrkraft ein Aufbaublatt bekommen. Und das wird dir vielleicht dazu dienen, das Ganze auch nochmal schriftlich zu üben. Zum Beispiel könntest du nochmal über ein Halloween-Ereignis schreiben und aber auch nochmal die Übungen aus dem Unterricht nachvollziehen. Diese sind nämlich keine Vormittagsbeschäftigungstherapie, sondern waren alle dazu da, dass du die wesentlichen Merkmale einer Geschichte mit Spannungsbogen richtig erfüllen kannst. Wenn du dann nochmal wissen willst, ob deine Geschichten gut sind, dann lies sie ruhig auch mal deinen Eltern vor und frag sie, ob sie da eher mitfiebern, ob sie schlussendlich ein Aha- oder ein Hä-Erlebnis haben. Und dann ist es ganz wichtig, dass du mit einer positiven Einstellung gut ausgeschlafen kommst, damit du auch die richtige Fantasie mitbringst. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg!